Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PascaleTV. Heute machen wir eine leckere Erdbeerkalschale und dafür brauchen wir natürlich frische Erdbeeren, Joghurt, Honig, wir nehmen natürlich unseren Epionig, Brötchen, Limette und frische Minze. Ich schneide jetzt von den gewaschenen Erdbeeren das Grüne oben ab und am Ende viertel ich dann die Hälfte davon. So, ich gebe jetzt unsere Erdbeeren, dem Joghurt. Knochen von drei Met�onig von drei Metzeln, Joghurt. Da sind wir heute mit Pascale. Also, also, noch einen Nachden Erdbeeren, Joghurt, Joghurt, Joghurt. Dann ein bis zwei Teelertuch von Bohnen. Und die Wettbewerbs. So, jetzt mache ich das ganze Turin. Jetzt schmecke ich das Ganze noch ab. Und jetzt stelle ich das Ganze für einfach wieder in den Kühlschrank. So, unsere Teilschale startet jetzt schön lange zum Kühlschrank. Und jetzt richten wir die noch an. So, jetzt machen wir die Kühlschrank. So, unsere leckere Erdbeckheitsschale ist jetzt fertig und das Ganze probiere ich jetzt auch mal. Und optional sind die Brötchen. Damit kann man das jetzt so einsitzen und auch essen. Auch sehr lecker. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.